Musik Herzlichen Glückwunsch an Biotopia, unser Naturkundemuseum in Bayern und die Stiftung Nantes Buch. Ja wozu? Zur Aufnahme des Citizen Science Projects Dawn Chorus in die von den Vereinten Nationen ausgerufene Dekade für biologische Vielfalt. Da ist das Ding, die Urkunde, da wo dokumentiert wird, dass sie es geschafft haben, da aufgenommen zu werden und dazu gratuliere ich ganz herzlich als bayerischer Wissenschaftsminister, weil wir natürlich schon stolz auf Biotopia sind. Und wie könnte es anders sein in diesen Zeiten? Natürlich gibt es wieder einen Zusammenhang zu Corona und zum Lockdown, denn das Projekt Dawn Chorus hat die Menschen zu einem ganz besonderen Naturerlebnis eingeladen. Die Menschen aus Bayern und natürlich aus der ganzen Welt sollten das Morgenkonzert der Vögel mit dem Smartphone aufnehmen und damit eben auch auf einer Projektseite hochladen. Vögel sind natürlich ein Biodiversitätsindikator und darauf lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand eines Ökosystems schließen, Ausdruck des Klimawandels und natürlich auch einer Urbanisierung. Und natürlich steigt einfach die Bewusstseinsbildung, nämlich für die kostbare biologische Vielfalt vor unserer Haustür. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Max-Planck-Gesellschaft für die Unterstützung. Natürlich geht der Dank an die Vereinten Nationen, dass dieses tolle Projekt eben auch Teil der UN-Dekade für biologische Vielfalt aufgenommen worden ist und Teil geworden ist. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch, Ihr Ben Siebler.